Ihr Fuss steht mittig auf dem Monostep. Das Bein ist dem Kniegelenk leicht gebeugt. Ihr Gewicht ist auf den Fuss auf dem Monostep verlagert. Machen Sie mit dem anderen Bein nacheinander erst einen Schritt nach vorne, dann einen nach hinten. Dabei berühren Sie nur mit den Fusszehen die Matte. Ihr Standbein sollte nicht nach innen knicken. Machen Sie mindestens 5 bis 10 Schritte.